Ich bin Bianca, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Ukraine. Ich bin Bishab, ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Mirzat, ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Elmedin, ich mag Musik, kann gut schauen, ich kann Musik. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wie ihr wisst, am Freitag gehen wir ja ins Studio, das heißt, wir müssten heute unsere Texte weiterschreiben. Die wir gestern angefangen haben zu schreiben, machen wir heute weiter und wir wollen jeden Tag ein bisschen weiterkommen. Könnt ihr mal Stift und Papier rausholen? Papier und Stift? Ja? Das brauchen wir zum Schreiben. Uns fehlt auf jeden Fall noch Text, wir müssen viel schreiben bis zum Freitag und dann wollten wir eventuell ja noch andere Sprachen mit einbringen, Englisch, Albanisch, was noch? Mazedonisch. Mazedonisch. Was noch? Am ersten Tag stellen wir uns vor, damit wir erstmal so eine Vertrauensbasis haben, fangen an ein Beat zu picken, um zu schauen, welcher Beat liegt ihnen, was für einen Musikstil finden sie gut. Dann suchen wir ein Thema, schauen, was beschäftigt sie, was finden sie spannend, über was würden sie gerne schreiben. Dann muss man das erstmal als Gruppe schaffen, ein Thema zu finden, was gar nicht so einfach ist, bei ganz verschiedenen Interessen. machen. Aber meistens haben wir dann auch immer ein Thema am ersten Tag und fangen dann am zweiten Tag an wirklich dann sozusagen in die Rap-Techniken und Gesangstechniken zu gehen und verfeinern diese dann bis zum Studiotermin. Okay, wir machen jetzt mal den Refreur und dann eure Strophen. Zwo, drei. Sehr Sonne. Schön laut. Quang, mach mal mit. Sehr Sonne. Wenn ihr laut singt, gebt euch das Sicherheit. Das ist auch für die Aussprache wichtig. Sonst nuschelt mal schnell. Sehr Sonne. Sehr Sonne. Sehr Regen. Sehr auch Farben auf meinem Weg. Sehr Sonne. Sehr Regen. Sehr Farben auf meinem Weg. Schön. Sehr Sonne. Sehr Regen. Sehr Farben auf meinem Weg. Ey, ja, ja. 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 Sehr Sonne. Sehr Regen. Regen, sie hat Farben auf meinem Weg Ey, ja, ja, ey, ja, ey, ja, ey, ja, ey, ja, ja Die Welt kann sehr unterschiedlich sein Mach's mal hell, mach's mal dunkel Siehst du die Sterne funkeln Siehst du die Sterne funkeln Mein bester Freund gibt mir viel Mein bester Freund gibt mir Zeit Mein bester Freund gibt mir viel Mein bester Freund gibt mir Zeit Gib mir Zeit Ich liebe meine Mutter Ich liebe meinen Vater Für die Zeit, für die Samba Ja, ist doch cool Mach mal nochmal Genau, mach nochmal Für die Zeit, für die Samba Ich bin sehr klein, ich bin sehr klein Ich bin sehr klein, ich bin sehr klein Ich würde mich noch spielen Ich möchte mein Liebling auf eine geilste Sogd in die Zukunft gehen 1, 2, 3, 4, 5. Musik ist schön, du machst gute Laune. Ja. Willst du mit dem Sprinten? Ja, ja. Musik ist schön, du machst gute Laune. 1, 2, 3, 4, 5. Musik ist schön, du machst gute Laune. 1, 2, 3, 4. Da muss man mitgehen, ihr müsst das Gefühl mitnehmen, das ist richtig, das für mich, das könnte der Refreur sein. Sorry, ich bin gerade in meinem Bild. Ich glaube, ich habe heute schon gemerkt bei der Gruppe im Studio, dass ihnen das erstens die Woche mega Spaß macht. Dass sie gemerkt haben, dass sie selber singen können oder dass da auf jeden Fall etwas ist, was man ausbauen kann und für den einen ist es dann, ich mache selber weiter und schreibe weiter, für den anderen ist es, für den einen oder die andere ist es eher, ich habe einen Zugang zu mir und schreibe Gedichte für mich oder habe jetzt ein Ventil gefunden, um Sachen zu verarbeiten, das kann ja unterschiedlich sein. Sehr Sonnen, sehr Regen, sehr Farben auf meinem Weg Ey ja ja, ey ja ja, ey ja ja, ey ja ja, sehr Sonnen, sehr Regen, diese Farben auf meinem Weg, ey ja ja, ey ja ja, ey ja ja, ey ja ja. Ey ja, 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 ey Vielen Dank.